Den Morgen ohne Stress beginnen, den Wecker oder die Brille nicht mehr suchen müssen. Mit der funkgesteuerten Projektionsfunkuhr WT535 mit Digitalthermometer auch für Sie kein Problem mehr. Die WT535 projiziert durch die in verschiedene Positionen einzustellende Projektionslinse die präzise Zeit in großen roten Ziffern an Wand oder Decke. Das Signal für die hochgenaue funkgesteuerte Zeit- und Datumsanzeige empfängt das Gerät sekundengenau von der Atomuhr in Braunschweig. Das Einstellen der Uhrzeit entfällt, der Wechsel von Sommer auf Winterzeit erfolgt automatisch. Sie können die WT535 auch als Wecker mit Schlummerfunktion nutzen. Gehen Sie auf Fernreise, können Sie die Uhrzeit auch jederzeit manuell einstellen oder die Zeitzoneneinstellung von plus minus 9 Stunden nutzen und die Funkuhr abschalten. Die WT535 zeigt Ihnen außer der Zeit auch das Tagesdatum an. Außerdem gibt Ihnen die WT535 zuverlässig Auskunft über die Innentemperatur. Die Temperatur wird in Grad Celsius angezeigt. Die Projektionsuhr wird mit einem Netzadapter geliefert, um den Betrieb des Projektors über eine längere Zeitdauer, zum Beispiel während der Nacht, zu ermöglichen. Wird die Projektionsuhr mit Batterien und zusätzlich mit dem Netzadapter betrieben, so schaltet die Hauptversorgung auf den Adapter. Die Batterien fungieren dann im Falle eines Netzausfalles als Backup-Stromversorgung.